Hi, ich bin Toni von Wunderblume und heute möchte ich euch zeigen, wie man die Botanical Latte zu Hause zubereitet. Ich werde euch exemplarisch den Golden Guard heute zubereiten. Dafür brauchen wir 5 Gramm von dem Getränkepulver, dann brauchen wir heißes Wasser und wir brauchen ca. 60 Grad heiße Milch oder Pflanzenmilch und davon ungefähr 150 Milliliter. Was wir machen ist, wir geben zuerst ca. einen Teelöffel von dem Getränkepulver ins Glas, mischen es dann mit etwas heißem Wasser und verrühren es idealerweise mit einem Rührbesen. Falls ihr den nicht zur Hand habt, könnt ihr auch einen Löffel nehmen. Idealerweise wollen wir das gesamte Pulver im Wasser auflösen, damit alle Geschmackskomponenten besser hervorkommen. Und wenn wir das getan haben, gießen wir die Milch hinzu, ca. 150 Milliliter bei ca. 60 Grad. Wir wollen die Milch nicht heißer machen, weil sonst der Zucker verbrennt und die Süßkraft verloren geht. Und wenn euch das Thema Latteart interessiert, dann schaut euch gerne das nächste Video an. Danke fürs Zusehen und lasst es euch schmecken!